Ich freue mich Ihnen, das Paper Anforderungen und Empfehlungen für IoT-Modelle an eine automatisierte Sicherheitsüberprüfung vorstellen zu dürfen, welches im Rahmen des österreichischen Cyber Security Leitprojektes Trustworthy IoT for CPS entstanden ist. Industrie 4.0 benötigt eine effiziente Vernetzung ihrer physikalischen Maschinen in das Internet, um die Effektivität der Produktion zu gewährleisten. Hier bieten flexibel einsetzbare IoT-Komponenten einen wertvollen Beitrag. Damit einhergehend wird die Angriffsfläche aber extrem vergrößert und jede neue Komponente kann das bestehende Sicherheitskonzept kippen. In unserem Paper beschreiben wir, wie man Metadaten aus einem typischen Softwareentwicklungsprozess extrahiert und daraus einen automatisierten Vorgang, bestehend aus Bedrohungsmodellierung, Sicherheitsanalyse und Penetration-Tests abzuleiten. Unser Ansatz stellt eine Innovation im Bereich der automatisierten Sicherheitsüberprüfung dar.